Ah, hab auch noch genug Plattek So Geh ich mal schnell in den Rucksack, weil ich da noch Platz habe bestimmt Äh, 4 Plätze, klasse Se-Shirt-Trap mal fallen, brauch ich eh nicht Und noch ein DMR mecken Sogar noch die Reihe ist eh Und der Baum looted Okay, dann schau ich mal Soll ich noch ein Schuss nach DMR Komm Und hier liegt sogar noch ein Rotor Schön, auch ein DMR? Äh, warte, ich schau nach Äh, ich glaube, das sieht eigentlich Bisschen kleiner aus als der andere Das ist ein, ja, ein Rotor Accessible Ja, hier sieht man das Boot gar nicht Ach du Scheiße, die... Könnt mich hier richtig sehen Was? Die können mich eben grad von der Perspektive verdammt gut sehen Warte mal, du bist ein Deutscher Was? Was? Hab dir gesagt, ey, warte mal, bist du ein Deutscher? Jo Ja Hast du das auch gehört? Ja Ich auch Das war, glaub ich, der Direct Chat, oder? Ja Doch Loll Ja, aber ich renne grad nem Typen hin und her Und der... Nee, das geht nicht Äh, ich... Das schon kurz kann nur der Direct Chat, weil wir die alle... Verstehe ich nicht, egal Äh... Erst gleich geht die Welt untereinander Es sieht schön aus, gestrugt Okay, ne, ich seh da niemand drauf in dem Schiff Der ist auch schon wieder runter gesprungen Ja Ja, wollen wir den, äh, Propeller mitnehmen, also... Welcher Propeller, wo bist du überhaupt? Oh, ich bin in diesem, äh, Betongebäude Wo ich gesagt hab, wo ich rausgehe Und hier sind jetzt zwei Propeller-Teile, können wir jetzt noch... Äh, ich würd sagen... Mitnehmen, oder? Was willst du sonst damit? Auf, auf, äh... Ja, br... Ist es egal, was für ein Teil... Also, was für ein Rotor man nimmt, oder so? Ja, der... Du brauchst... Ah, den... Der Rotor ist Rotor Und für das... Vorderrotor brauchst du halt Scrap Metal Genau wie für die Hülle Also, von daher ist es eigentlich... Egal welchen Rotor, der mit dem Rotor nimmt, ist gut Also, der obere Rotor... Oh, hier liegt sogar auch noch ein Repar... 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 Zeig Neh mich auch mal für dich mit Ja, ich bin so... Braucht man nicht noch eine Toolbox? Ah... Habt er? Ja... Na, endlich mal wieder Munition für meine Waffe... Jetzt kann der Typ mal herkommen Ja, weil... Wie, hier brauchen wir keine Heckroton, oder wie? Der Typ da... Weil... Weißt du mich jetzt... Es gibt ein Heckrotor und ein Vorderrotor Ja? Der Heckrotor wird mit dem riesen Ding, was du da wahrscheinlich gerade gesehen hast Und der Vorderrotor wird repariert mit Scrap Metal Und ich komm's grad ins Haus Achso, ja... Ne, nur weil Vorderrotor und... Ach egal, vergiss... Aber wir sollten Böck dir nochmal so einen Krankenhaus mal nachschauen Für... Abwechsel so'n krass Aber Einreifung hab' ich, ne? Gut, dann können wir den Humpfett machen Ich bin auch näher schon da Jo, Heligrash, mal gucken was er hat Du bist du? Ja... Ich bin nur der oberste oder fast oberste... Okay... Kommst du? Achso, ja klar... Hier ist sogar ein Kanistern, der... Lass dich verarschen... Und Scrap Metal Ja, den brauchen wir das wo wir ją her, ne? Du, ich nehm' einfach mal mit Joga Schnitte... Miauuu, die glauben... Ich glaub der meint, dass ich Ding bin Spitzmade? Ja, Bram... haben das die verarschen und das ist immer wieder runter war völlig hoch kommen ja komm hoch weil ich habe es ja für die anderen wüsste dann in welcher etage hallo also du bist ja ja der andere rotorteil ist oben also wir sind zu weibler ja genau dieses roter teil das ist der heckrotor den gibt es auch einen vorderrotor und ja weil ich habe ja den kann ich doch meinen oder erwarte kurz ja genau ja es gibt nur einen rotoren ja und eben beide kommen wir verwenden ja klar ja ich glaube ich werde von wissen den trinken weg warte mal warte mal warte mal heute den eigentlichen Rucks oh hier Plätze war auch das Ding äh 6 hier ist auch noch mal eine box zu reparieren endlich mal was zum foto gefunden verdammt ich würde glaube ich auch gleich wo du hast doch alles rausgeschmissen für diesen roto ich habe ich habe das aus dem rucksack ausgewogen das ist ja noch eine box nur auszüglich ich habe ich habe roten lach auch eine trotzdem da ich habe auch eine gute mann also du hast doch noch weisen gut dann wird das ja alles easy wir haben die fertigen dann kurz zum krankenhaus wobei schon ich habe ein blot weg ja hierher ja wo bist du in grad wo in der pampa oder ja du kannst du auch mal kurz auslocken wie ein doch genau das mache ich meine dann steht da nirgendwo oder verstand da dann steht der wildnis genau will sich dann nennen naja die wildnis ist genau ist sie wohl so wird sie nicht mal guck mal hier wir müssen gleich noch mal hin wenn wir das Tier geschlachtet haben was können wir uns dort auch grünen in der örtlichen kann man das in tonnen grünen vielleicht dass wir auch klar geht das ja aber dafür müssen wir an seiner streichelter nein da brennt ja schon man hat das Glück Prozent Leuwogen jetzt sind wird verschwunden aber nur gerade ausgelaufen an der küsse und dann laufen mal bitte bis hin rechts 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 links du volle kippe nach links 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 so Juni weil mir liegt ein bisschen ah ich sehe den auch ich wollte eigentlich in der Küste lenkt ich wollte eigentlich im Wald dann wieder links laufen ich bin in Tschernos ach warte mal gut ich glaube ich jetzt nicht schon mindestens zwei Stunden Marvin ist in Tschernos ich bin immer noch nicht ich bin immer noch nicht einmal so fehlt also da stand Tschernos so als ich mich wieder eingelobt habe Tschernos mit C CH ja da hat er richtig einen weiten Weg zurückgelegt ja da wären wir nämlich auch sonst auch gleich über den haben wie ich mitgemacht haben hier sind gerade so voll viel bahn schienen soll ich da einfach auf euch warten oder ja ich weiß ich könnte da liebsten haben einkaufsladen ey aber hipper vorsichtig sei nicht dass sie jetzt am haben wir am auf uns warten stimmt wohl hinter uns sind auch noch eine menge Zombies ich bin ins da rohe auch ich mag die auch können schöne und schuldlaufen hol bitte schon mal deinen Reifen raus wenn es geht denn ja warte ich würde mich dann wollen wir da keine Zeit verlieren ja und äh 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 was warum zur Hölle liegt den roten Teil was was scheiße mann was scheiße mann was was scheiße mann das Problem schon äh das da wird um zu sagen raus oder nehmann reiten ist doch noch gar nicht und ich hab mir gerade Leute liegt ja immer noch wer man reiten da machen Reifen ja Reifenverbrauch roto jetzt hast du reiten von den Teilen lassen ich könnte aber auch mal ruckpacken ne du willst es geht schon aber warte ich hab mir gerade beeindruckt dass wir nur kurz hingehen ran bauen rückwärts fahren weg waren jo wollte ich mich noch gucken das sei nicht jemand ist weil sie sonst könntest du mal wenn du Lust hast dich noch bisschen ausrüsten ich weiß nicht was du da noch findest vielleicht einen laden ja ich guck rum oder essen trinken oder morfen im krankenhaus ich hab morfen schon also zweimal und Blutpack ich blute natürlich blute Leute ich hab keine Bandagen mehr Leute ich hab keine Bandagen mehr das ist sehr schön ne zwei Stunden im Kreis gelaufen Oh ja oh ho 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 alter nein der Rennerren in Rente Autos Blutet Alter ne lachig weil ich will aufs Feld bis zur Vorwürste Stiftung und ein bisschen ich finde es aber eher so direkt von Lotto Prozent mehr hat sich in der Welt ich finde es über ein Dage PTF ne jetzt bin ich nicht unmächtig nahe jetzt mal er steht jetzt Ohr also ohne Mapp würde ich nie eine Weltreise antreten nur mal davon abgesehen ich bin mir geil ich mach auch Alter nein weil ich hab gute Mapp kennen das ist schon vorbei ach 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 oh was geht denn ihr zwei jetzt auf die Eier wir haben TLFs umgebrochen oi buddy disconnected from your channel ok Lerf Olu da ich nicht ich glaube nicht und mein Wort war genau noch verkehren ein Papier an dem Sohn ich hab Angst 5 dann zu Euro Prozent das passiert alle den Kiebel dann schießt sich gleich mal scharf mit meiner M1911 über der Film Prozent die Böden überwiesen nur die Kugel so ganz langsam an dann bin ich in der Schiff aufgrund binden Nimmst du diese Seite ich nehme die andere Seite Leute hier kommt welchen mit Opel oder soll ich die abknallen Ja Knall ab Also hallo Dürfen tust du das, den kannst du dich gleich ausrüsten Wenn ich sag mal, in welche Richtung die fahren, dann nehmen wir sie mit dem Hambi runter Diesen Richtung Wald Ein mieser Disco Connector Prozent Schüttel ich hier vorne am Auto Denn ich hier vorne am Auto hier vorne geht das gut Für diesen beiden Genügel untergefallen sind gestorben Eine Brotschmutter Oh Mann Alter gibt's nicht Was? Das muss ja auch passieren Ich blute Ja ach was, das ist ein Zombie hinter dir Ja ach nee, ich blute Könnt's bitte abknallen Dankeschön Mann Alter, jetzt habe ich gerade Oh, einfach rangehalten und einfach mal auf Tasten gedrückt Was habe ich jetzt gemacht? Hab den einen Reifen links angebaut Ich hab doch begonnen Der eine ist doch dran Ja, wie sollst du noch einen? Oh Du hast den Reifen auch angebaut, ne? Sind doch alle heil Ja, ich hab mich schon wieder aufgeregt, weil du da auch schon wieder gehockt Also, äh, saß da und hast Reifmann gebracht Nee, äh, singt gerade Na, weiß auch nicht Hey, nee, nee Ich dachte schon, warum musst du so gar zu ist doch Durch Und die immer noch Jetzt mal aufsteigen Haha Ich steck mich nicht weg Nee, jetzt ist das zum Ja, bleib kurz stehen Stehen Bleib kurz stehen Zombie, 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 die zu Zombie, 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 Player, Player Ah, ja, Schützl, Schützl, ich bin weg Der Golf steht da hinten immer noch Wo ich schon dreimal rüber genagelt bin LoL Ja, loL Was, 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 totes Hallo, das kann auch sein, dass du nichts zu wenig trinken oder essen hast Hey Oder das ist immer abbricht Auto Also ich blute nicht mal ab Wo ist Auto Da hätten wir das Auto überfahren.